Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Foto-Verausforderung und wenn du dich fragst, wie die genau geht, dann zeige ich dir das jetzt. Ich nehme dazu den Renault Clio von 2013, aber da geht auch jeder andere. Schreib also mal in die Kommentare, welchen du genommen hast. Und dann gehen wir nach Guanajato und porten uns hier auf die Kreuzung. Und da vorne können wir das Wandbild schon erahnen. Und dann gehen wir in den Foto-Modus. Einmal zum Wandbild gucken, fotografieren und schon haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn ja, lass gerne ein Like und ein Abo da. Und damit bin ich erstmal raus und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!